So, hallo und herzlich willkommen zu Skywies Minecraft Survival. Wir machen weiter mit... Ich glaube Eisen suchen. Das haben wir jetzt offen genommen. Musik Ja. Ja. Tja. Ja. Das ist ja wirklich spezialisierte Sachen hier. Hier kann man unten rein tun. Ja. 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 Das mal werden wir ein bisschen Eisen suchen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und schon immer riesig. Ich glaube, ich habe Lava gehört. Oh, die Musik ist endlich fertig. Jetzt kann ich endlich sprechen. Ich rede ja so extrem viel. So, das ist schon noch Lava in der Nähe. Und Zombies. Oh, da hat es noch mehr. Und Endermans. Nehmen wir das da hin. Sonst noch ein bisschen Eisen. Nicht mehr unbedingt. Na ja. Gut. Wo sind wir gekommen? Hier. 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 Aha. Der ist relativ nah. Da vorne kommt eine Höhle oder so etwas. Die jensten Endermans. Kann ein Mikro. Und Wasser. Zombies. Das klingt extrem nah. Vorsichtig graben. Ich glaube, wir sind nicht weiter als ein Block entfernt. Die geht nicht richtig. Number. Wie geht denn hier? Das ist richtig. Leute, ich bin alleine. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Ja. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Es ist eine Formel. Ich bin nicht ganz wichtig. Ich bin alleine. Nö. Aha, Höhle sankt. Lava natürlich. Lava. 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 Ja, so geht es auch gut, aber es ist nett. Ja, genau. Ja, bis jetzt ist sie noch nicht besser. Oh, ja. So, ja, bis jetzt ist sie zu. So ist es, ihr seid ihr? So, ja, bis jetzt ist sie zu, ihr seid ihr? Auf jeden Fall, ja, bis jetzt ist sie zu. Ja, bis jetzt ist sie zu. Das ist doch nicht. Das ist doch sehr nicht. Tja, dann machen wir weiter. Aha, Lava gefunden. Äh, habe ich nicht dabei. Klubben, 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 klubben. Oh, oh, oh. Okay. Ich habe schon wieder aufgepinkt. Mal vom Abbau. Gut. Mal nach unten schauen, was hier so hat. Gut. Sehr gut. Jetzt gibt es nochmal Nummer 1. Nichts. Nichts. Jetzt noch etwas runter. Noch ein Loch. Nichts. Nichts. Was ich mir da? Foto. Aber doch nicht. Nichts. 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 Hier hat es Heisen. Gut. Und Lava irgendwo. So. Ein bisschen vorsichtig graben. Gut. Das ist auch nicht mehr Eisen. Gut. Das ist auch nicht mehr Eisen. Doppelt. G Islamic hes cliniche. Ausstatt appropriately. Diese HII. Ja. Ahah, ich mache das Reis. So, ich mache das Reis. Das war's für heute. Mit dieser, tipptopp. 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 Tja. Noch wissen, wo es zurückgeht. Äh... Wo es zurückgeht. Wo sind wir hergekommen? Wir sind eingesperrt. Hmm... So. Gut versteckt. Ich grabe mir jetzt aber noch hinterher. Tipptopp. 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 Vielleicht noch eins. Oh oh, oder Käse. Ist glaube ich noch gerade unbewohnt, kann das sein? Wenn wir es wagen, kommt ein Creeper. Ja, die kann ich. Die verstecken sich nämlich. Äh, schnell schauen. Nein, Glück gehabt, alles beleuchtet. Hoffe ich. Ah, da hat es Eisen. Hat sich gelohnt. Eingang noch markieren, den findest du sonst nie mehr. Obwohl es noch ein kleiner Raum ist. Äh, da. 3. Gut. Oh, so. Ressourcen ein bisschen. Oh, so. Ressourcen. 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 Das war's für heute. Auf jeden Fall können wir jetzt eine endste Menge Beton wieder machen. Na gut, da ist fertig. Oh, die Schufel ist hinüber. Ja, tja. Was kommt denn noch weiter? Das Gesteine in Schufeln machen? Nein. Schon, jetzt noch viel. Da brauchen wir alles. Gut, sonst noch die Ressourcen. Nein, gut. Das müssen wir schon noch holen. Ja, gut. Genau. Hier haben wir alles. Globes. Hier werden wir noch etwas abbauen. Hier werden wir noch. Hier werden wir noch. Also, die Schufel holen. Eingang suchen. Jetzt hat es doch noch gelohnt, ein wenig weiter zu gehen. Eingang markieren. Eingang suchen. Eingang suchen. Eingang suchen. Eingang suchen. Eingang suchen. So. Also wir brauchen eine Schufel. Und? Piku. Piku. Piku auch noch. Das ist jetzt markiert. So. Da haben wir Tag. Da hat es noch Sachen für Schufel. Steine. noch mehr Steine, andere Steine, so der, so, 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 das da, das nehmen wir dann mit, das nehmen wir mit, das, 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 das resten brauchen wir zu schaffen, ja Gut, und jetzt pickru und schauflen, schauflen, pickru, so, da muss ich es mal langen. So, machen wir gerade weiter. Äh, jetzt habe ich wieder mal etwas gedacht und vor lauter Gedanken habe ich nicht gesehen, was ich hier mache. Ist ja weiter geplant in Minecraft. Was wir den Wegen machen noch. Folgt nicht gesehen, dass ich der Fackel vorbei bin. Also, etwas zum Schauflen haben wir hier. Vielleicht noch etwas mehr Licht. Es gibt doch, es gibt jede Menge Beton. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich da nicht gesehen habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gehen wir einfach mal nach, nein, nichts mehr. Und meine Schöpf-Hochte. So, great. So, so. Ja, tipptopp. Das ist schon im Dunkeln. Äh. Im Dunkeln habe ich gemeint. Ja gut. Schauen wir hier weiter. Das bradelt hier. Von Lava. Da, bis zum Ohr haben wir machen. So. Noch mehr Kohle. So. 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 Okay. So. Okay. Jaja, das steht da hinten an seinen Augen schauen, das kann ich. Hehehe Jaja, sie ist dort schon bereit, mhm, schon gedacht. Also, äh, da können wir ihn wegnehmen. Sonst hat niemand reinkommen, ausser den Enderman. Gut. Ähm, jetzt geht es hier wieder zurück. Den müssen wir auch noch holen. Und Lava irgendwo. Und Eisen. Tada. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja. Ja. Äh, da geht es rein. Gut. Das reicht jetzt gleich mal von unten. Ich habe genug reinköhlt. Da sind wir fertig. Gut. Ausgang. Da, 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 da. Da, 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 da. Da ist ja die andere Schlucht. Da. Vielleicht habe ich die Fakke noch etwas zu hell gemacht. Ja. Es wird gerade Nacht oder Tag. Also, wir nehmen noch ein wenig Raum hier. Steine hier. Andere Steine hier. Gut, Arten nehmen mit. Tipptopp. Wie viele Einsen haben wir jetzt? 50. Oh, cool. Der bewegt sich nicht. Ui. Ja, das Windows hat wieder gedacht, es müsse er einstarten, weil unsere Updates einspielen wollen. Ich weiss nicht, ob ich das versuche. Das versuche ich jetzt schon seit Tagen. Jetzt schafft es nicht. Es ist echt Nacht und geschlafen. So ist Tag. Aha, ist Tag. Tag und Schiff. Zu Endermen kommen wir eher nicht. Aber hier Clipen und so. Kompanies. Heizkohle haben wir. Es kommt gar nicht nachher mit der eigenen Pultenhühner. So. Heizkohle ist noch nie angekommen. Okay. Dann noch ein wenig Redstone. Schnell rein. Hey, drinnen Schiff. So. Ist doch zu. Schatz. Schatz. So. Let's do. Ah, da. Da kann ich noch ein paar Black machen. So. Tipptopp. Fies ist voll. Fies ist voll. Wir müssen Fieskisten machen. Ein Schiff. Noch etwas zum Grillieren. Nein. Creepers, wobei. Kennen Sie. Fies sehen. Gehen wir nicht gehen. Gut. Also. Kisten nur mit Käse. Dann gehen wir raus, was nicht Käse ist. Sand. Wir haben einfach zu wenig Platz. Ich glaube, wir brauchen ein Steinhaus. Wir müssen schauen, welche Farbe ich gedacht habe. Sand und Käse haben wir jetzt genug. Farbe müssen wir vielleicht noch finden. Also fürs nächste Mal. Sand und Stein. Also ein Steinhaus. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 aaaa